Willkommen zu meinem Review-Video über den Jigner Handstaubsauger kabellos 7000 Paar. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses Produkt erzählen und warum es eine großartige Investition für Ihr Zuhause oder Ihr Auto sein könnte. Aber bevor wir beginnen, vergessen Sie nicht, den Link in der Videobeschreibung zu überprüfen, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und mich zu unterstützen. Lassen Sie uns zuerst über die beeindruckenden Merkmale und Funktionen dieses Handstaubsaugers sprechen. Mit einer Saugkraft von 7000 Paar und einer Leistung von 120W ist dieser Staubsauger in der Lage, mühelos Schmutz, Staub und Tierhaare von verschiedenen Oberflächen zu entfernen. Egal, ob es sich um Schiebetüren, Schienen, Fenster, Schubladen, Autotüren oder Sofas handelt, dieser Handstaubsauger erledigt die Reinigung effizient und gründlich. Was diesen Handstaubsauger wirklich vielseitig macht, ist seine 3 in minus 1 Funktion. Er kann nicht nur als Staubsauger verwendet werden, sondern auch als Gebläse und Vakuumpumpe. Das bedeutet, dass Sie ihn nicht nur zum Reinigen, sondern auch zum Aufblasen von Luftmatratzen oder anderen aufblasbaren Gegenständen verwenden können. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem praktischen Werkzeug für den Haushalt und unterwegs. Ein weiterer großer Vorteil dieses Handstaubsaugers ist der Leistungsstärke 5000 mAh Akku. Mit einer Ladezeit von nur 2 bis 3 Stunden bietet er eine Betriebszeit von 20 bis 25 Minuten, ohne Unterbrechungen. Das bedeutet, dass Sie große Flächen reinigen können, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Und wenn Sie den Handstaubsauger zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie ihn vollständig aufladen, um die beste Leistung zu erzielen. Der Handstaubsauger wird mit verschiedenen Zubehörteilen geliefert, darunter ein Pinsel, eine Düse, eine große Bürste, ein langes Abluftrohr und ein kurzes Abluftrohr. Diese Zubehörteile ermöglichen es Ihnen, den Staubsauger an Ihre spezifischen Reinigungsbedürfnisse anzupassen und die Effizienz Ihrer Reinigungsarbeiten zu verbessern. Aber lassen Sie uns nicht nur über die technischen Daten sprechen. Lassen Sie uns einige Testimonials von zufriedenen Nutzern hören. Winfotos sagt, dieser kabellose Handstaubsauger ist ein wahrer Allesgönner für den Haushalt und das Auto. Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 7000 Paar und 120 W Leistung entfernt er mühelos Schmutz, Staub und Tierhaare von verschiedenen Oberflächen. Und zu 4OK-OK fügt hinzu, der kabellose Staubsauger hat meine Reinigungsroutine auf ein neues Level gehoben. Mit seiner starken Saugleistung und der bequemen kabellosen Nutzung wird das Staubsaugen zum Kinderspiel. Basierend auf den Bewertungen von zufriedenen Nutzern und meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass der Jigner Handstaubsauger kabellos 7000 Paar ein großartiges Produkt ist. Er bietet eine beeindruckende Saugkraft, eine lange Betriebszeit und eine Vielzahl von Funktionen, die ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den Haushalt und unterwegs machen. Insgesamt hat dieser Handstaubsauger eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 von 5 Sternen basierend auf 155 Bewertungen. Das spricht für die Qualität und Leistung dieses Produkts. Wenn Sie also auf der Suche nach einem zuverlässigen und leistungsstarken Handstaubsauger sind, der Ihnen das Leben erleichtert, dann sollten Sie den Jigner Handstaubsauger kabellos 7000 Paar in Betracht ziehen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und mich zu unterstützen. Sie werden es nicht bereuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.